so einen wunderschönen liebe zuckermannschaften sind wieder zurück in und es ist eine party party ja und zwar wir haben es endlich geschafft das kühlhaus ist fertig da schon das erste toll des weiteren habe ich die ecke von hier nachten da geräumt und zwar ist sie ein wunderschöner marmortisch ja schön eindrucksvoll 85 wie man jahrgang und natürlich paar stühle warum bauen weil wir so viel haben nee weil holz ist ein bisschen mangelware ja hier sagt euch bestimmt ja ja mangelware deine mutter ist mangelware hier ist genug holz ja bereit zum ernten ja ich bearbeite holz nur wenn es total komplett fertig ist wie die hier denn das gibt am meisten holz was bringt mir das wenn ich die ganzen dinger abhacke wenn die wenn die nicht ihres ihre volle potenzial an holz geben oder so das wäre ja total schwachsinn finde ich zumindest ganz viele bäume h nice holz für den winter apropos winter winter ist coming man sieht die pflanzen sterben wie die fliegen so ein scheiß und das kurz bevor meine psychopflanzen gedeihen sind gewachsen sind und wow die birke stirbt auch ja gut dass ich jetzt paar sachen abholzen gehen das wäre ungünstig wenn der winter da ist und wir kein feuerholz mehr haben was ich glaube ich schon was denke dass es doll nice unser erster chocobo was transportieren kann was ist hier los auf der party kleipenschlägerei wer gewinnt leute oder akana und ich bin der fuchs gewinnt beide verfehlen so mal gucken wer hat gewonnen eins zwei drei vier gegen ja eindeutig wir beißen und kratzen tot nach zehn stunden ja gut ich würde sagen akana hat damit gewonnen eindeutig legt euch nicht mit dem fuchs an ja was gehört legt dich nicht mit fuchs an wer hat wer hat eigentlich angefangen äh sozial akana hat angefangen ok leut hat ein schwaches gemüt hat aber verloren ein igel genannt das ist doch keine beleidigung das ist doch eher ah wichtig ein igel igel sind doch eigentlich nette tiere oder nicht naja auf jeden fall rin sagt sich na toll die party ist voll im gange und wegen dieser scheiß schlägerei muss sie jetzt die 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 spaßbremse hier oben diesen komischen menschen hier äh ihr auch noch verarzten so ein scheiß hier selbst riss meint hier findest findest es total uncool dass nos der eigentlich der ähm heiler in der gegend ist dass er nicht losgerannt ist und das rindes machen muss findest es total scheiße ja daumen runter dafür ich muss sagen die party ist gut im gange und das hühnchen hat gerade ein bisschen pemmiken geholt vorher habe ich datteln ich habe keine ahnung auf jeden fall frisst auch das gleiche das pemmiken so nach motto ich habe es geholt und ich esse es auch erstmal hier frisch nachgedingst es ist winter es ist dörrfleisch zeit und die unterhalten sich über das mittagessen nom 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 lecker trockenfleisch findet ihr nicht hier unten was die beiden unterhalten sich über das zählen von delphinen what the fuck woher kommen die datteln woher habe ich datteln what the fuck woher kommen die woher kommen die datteln ich habe keine ahnung oh die haben eier unbefruchtet wieso sie sind hier unbefruchtet warum sind die unbefruchtet die waren noch befruchtet oder sind die unbefruchtet weil winter war doch kacke ja dann bringen die eier weg moah wir hätten baby viecher kriegen können oh man so ein scheiß hä was macht drinnen achso arcana was machst du best okay die letzte ernte wird eingeholt paar kartoffels ich muss sagen eis und kartoffeln gehen super ich glaub ähm das ändern wir mal zwerg kaktus wasser melons snowbeeren snowbeeren ui die brauchen wir nicht blueberry kaffee was sind neutro flower um ihn herzustellen brauchen wir aber das später ich würde sagen weizen brauchen wir nicht ne 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 kaffee dann pflanzen wir als nächstes kaffee an hier kommt hier kaffee im nächsten sommer und ähm würde ich schon fast sagen blaubeeren ja weil reis und kartoffeln wow guckt euch wie viele kartoffeln wir haben wir haben so viele kartoffeln das reicht über den ganzen winter denke ich mal den reis den wir haben ist nicht viel aber man muss bedenken wir haben ja die ganze zeit auch reis benutzt gerade das hier wird auch langsam dann können wir hier eine prairie reinbauen beiden schlafen eier sind leider hier unbefruchtet na das ist echt ärgerlich ist bestimmt kaputt gegangen in der kälte meh nächstes mal muss ich achten dass sie ja vielleicht mal mehr reinkommen drinnen sind es auch nur fünf grad das ist mega kacke wir hätten zwei babyvögel haben können das wäre so gut gewesen oh man mega ärgerlich aber ich würde mal sagen machen wir mal hier ein bisschen speedo und ihr müsst es auch mal fertig bauen oder schließlich wird es bei demnächst hier einstürzen oder nicht alle schlafen ist das nicht schön arkana leider auch weil ja die wurde ja hier ein bisschen was tiefer bruch mensch zähne okay interessant schlafen mr björns schon wieder wach er ist ein frühfuchs so und hier alles fertig bauen oder nein er macht lieber ein paar steine super wie die alle da langlaufen arbeitsrausch arkana ja beim masturbieren super arbeitsrausch genau während man schön fleißig sich am bearbeiten ist läuft so wird hier jetzt mal fertig gebaut wirklich doch jetzt los fängt an und du ist auch schon drin nice wirklich mal regeneration wie dämlich war das eben wie er sich eingebaut hat mist dann brauche ich mich eben draus top 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 oh man nur gucken wobei wir stehen hier keiner macht adobe brits und wir haben genug treu gut also nicht gut wir sind dafür zuständig eigentlich bestimmt ich wir machen doch mal fertig das ist fertig das da au unsere forschung rastet ja jetzt gerade richtig auf die fällt mir so das wird gemacht dann könnten wir ja ja ich bin als nächstes machen industrie industrie physiologi ne aus eis ne 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 es braucht nur 10 teppich hier steht krebstuhl ne kakaobusch ein kakaobusch oder ein kakaobaum komm dann machen wir als nächstes ne machen wir lieber später haben wir noch irgendwas was wir naja wir könnten smokeleaf erstmal machen schon mal weiter vorankommen ne und warum nicht nur 300 kann man crossbow und compoundbow machen plattenrüstung warum nicht approved kabinett was denn das das gar nicht nehmen wir auch wenn wir schon mal hier sind luck keine ahnung was es ist aber hier geht es in die waffen produktion und auch langsam richtung energie bedeutet theoretisch haben wir bald unsere energie die können wir doch das hier machen schon mal magical equipment das könnte interessant werden wenn wenn er verdogen ein wand of lightning okay was ist das okay kann man noch alles herstellen dunkle robe und machen machen da kann man auch noch einige dinger machen aber wir haben zwölf dinger hier drin das kann erstmal durcharbeiten ne und wenn unser fuchs hier fertig ist können wir das auch dann erstmal pausieren so wie es aussieht sind es schon ein paar blöcke die wir schon fast fertig haben und kann man jemand sagen warum da jetzt euch drin war war da ein baum so füchschen mach mal danke wo sind wir jetzt ach genau wasch dich mal und dann gucken wir mal zerrissene kleidung bei marion die maske ist kaputt dann mach die mal weg wo sind marion aha kann er wirklich zerlegt werden braucht er auf jeden Fall einen neuen hut in dem Fall eine neue maske er spielt hufeisen na klar ich wünsche nicht adobe herstellen dass hier drin warm wird haben wir adobe wir haben 116 adobe und keiner bringt es hier hin ok oh ist das hier fällig ja wir können ganz viel zeug machen ehrenwein baunermalz buch soda wodka wir haben potatoes wir können wodka machen oder und destilliertes wodka benötigt und destilliert wodka wie stelle ich und destilliert wodka wodka wird daraus hergestellt worum geht das nicht warte mal wir haben noch datteln ich hatte gerade state soda glaub nicht datteln ist oder mystery soda oder nee wo ist ein ja gut das ist höchst interessant man braucht und destilliertes wodka und es herzustellen wo ich mir jetzt gerade denke wollt ihr mich verarschen kann ich hier wodka machen nein da sicherlich auch nicht wollt ihr mich verarschen wo soll ich denn mit schön wodka herstellen ich habe gerade keine ahnung wie ich das wodka herstelle ein drogenlabor aus kukumba wat ja gut also das wäre jetzt zu schön um wahr zu sein man muss wodka aus wodka herstellen wisst bescheid das lässt mich gerade irgendwie nicht locker oder ratten scheiß n halt nicht denn auf jeden fall brauchen wir für menting zwei stück einfach so los wenn du fällig bist mit deinen abseilen so fermenting nee was adobe briggs brauchen wir jetzt ich muss erst die 150 bricks haben damit er die da jetzt aber geht doch auch wie man erst wirklich 150 haben muss damit er die da hinbringt mir war so dass es auch vorher anders ging aber ok kann man machen so ich könnte theoretisch preis machen 1 2 3 4 5 mal ok passen ja 5 rein 5 mal 5 25 sollte passen hoffentlich ist es nicht zu kalt hier das ist definitiv das wird definitiv zu kalt sein da kannst du dir da kannst du einen drauf lassen deswegen habe ich das auch in der nähe hiervon gebaut läuft ob er Hummer hat schon er hat hat was denn wir haben das ist was das ist grand ist das ist das ist Kommt hier nicht rein, dafür kommt hier aber Masch rein, oh, das bedeutet das wird da reingemacht und wenn das fertig ist, wird es da unten reingemacht, nice, das wird sich auch langsam filmen, tach, wie geht's, unterhält sich über Billard, Billard ist toll, hast du schon mal gespielt, nein, wir haben noch kein Billardtisch, oh, ein Billardtisch wäre was, stimmt, oh man, oh ja, nächste Adobe kommt, was, ein altes Schlaflied für, für den Vogel, ja, kann man machen, was, über Computerspiel, redet mit sich selbst über Computerspiel und guckt dabei den Vogel an, bestimmt Moorhuhn oder was, So, Arcana macht schon mal das Ding hier voll, nice, man kann hier sogar Drogen verbrennen, was wir definitiv nicht machen werden Und, wird es hier wärmer? 5 Grad, es ist auf jeden Fall mega hell jetzt hier, gefällt mir Das sind jetzt, das ist die letzte, oder? Ja, dann haben wir Reismarsch, was macht man noch, Reis? Oh ja, Tequila Glaube ich Nee Macht man denn auch, was macht man noch, Sarke! Genau, wir haben gerade Sarke hergestellt, oder wollen jetzt gleich herstellen Hier drin sind es 8 Grad, das ist ganz schön wenig Produziertes Wärme? Ja, ein bisschen So, wer ist denn dafür zuständig? Einer Nos Baut schon, sehr gut Wollt gerade sagen Mach mal fertig Ich bin gespannt Hier Bein, Zinder, Rum, Wein, Ambrosia, Sarke Noch was? Was? Undistilliertes Wodka From Kartoffel Bedeutet, da wird jetzt Kartoffel reingeschmissen? Wo ist Pearl? Tatsächlich Okay Der schmeißt jetzt da Kartoffeln rein Und daraus wird denn undistilliertes Wodka Interessant, okay Mach mal das mal Den kann man definitiv Den Wodka destillieren Aha Nice Ideal Safe Okay 7 bis 32 Grad Tript man hin Nice So ist da alles drin Da passen sogar 30 rein Oh Oh Gut Dann müssen wir 6 machen Immer Haben die es geändert Darum Wart Nein Ich war noch gerade Fertig damit Und wie viele es werden Kann ich da nicht was reinschmeißen? Oh kacke Der hat nichts zu tun Wow Wow Okay Dann würde ich mal sagen In der nächsten Folge Werden wir uns um Diese Penner hier kümmern Dann mal ran hier Und ja Das wird auf jeden Fall ein toller Cliffhanger werden Ja Dann würde ich mal sagen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye bye Und denkt dran Leute Immer Schön Lachs Auf den Tisch knallen Ich bin Ich bin Ich bin